Läuft So, willst du das machen? Lass dir das nehmen, sieht schön aus Ok, auf gehts Läuft, die läuft Hopf 3, 2, 1 Go Ach schnitzig Läuft Scheiße, Mann Halt, halt, halt Ich mach das Das kann Scheider machen hier Schau mal Schau mal Läuft Läuft 116 Ja, perfekt 117 Vorsicht 118 118 118 118 Kilowatt Kilowatt Ja 118 Kilowatt Theoretisch müssten wir weiter fahren Wir hätten direkt weiter fahren können Aber das machen wir nicht Ohne den hier Wir hätten ohne den fahren können Aber warum sollten wir das machen, wenn wir bei der Geschwindigkeit noch ziehen können Fresse Und der Lkw ist ab Dieser ab, die Lkw ist ab Dann sowieso 118 119 119 119 129 129 Ich lach mich tot, Alter Wir werden weiter mit der Power Mit der Rate durchziehen Dein Telefon Dein Telefon Mein Telefon? Hier Instagramer Und du musst mit Instagramer machen Du willst posten? Du bist der Social Engineer, David Hast du nichts gepostet oder was? Was? Schon zwei auf dem Weg hier Social Engineering Machst du noch weiter? Machst du noch weiter? Machst du noch weiter? Eins mach ich ja, oder? Ja Komm Schweden Warte, 118er war wieder seit langem Schön Ja Machst du noch das Licht hier auf? Es ist zu hell Schon weiter weg Ja, so Warte mal ein bisschen Aber warte mal, wenn Tesla die 600 kWh ausfacht Deswegen Da müssen sie ja rotte Arme dafür Befinden weil die Kabel so fett sind Die kann man nicht mehr mit der Hand halten So Ja Ja Dann geht so Dann parkt man rein Und dann sagt der Test Die sagt dann Du bist in der Range So wie ein Spaceship-Dockingstation Ja Das heißt Du bist in der Range gebladen Was geht dann durch? 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten Aber ganz ehrlich Ich fühle sowas irgendwie besser 8 Minuten dann passt Dann hast du wieder Handstellen verraten Sag mal Du musst dich in aller Ruhe Du musst dich in aller Ruhe Beschäftigen Das ist cool Wie echt Sind sie da drauf? Ja Der ist wieder runtergespült Der ist runtergefallen So 18 Minuten Mhm Das ist ja eine gute hier Noch wieder Nacht, oder? Ja So Aufkommen Shellsuli Tesla Supercharger Sollig 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 Ich finde es so interessant, dass der Uli-Sala nicht anfängt zu kühlen, das finde ich echt interessant. Das ist eigentlich wegversperrt. Das ist eigentlich wegversperrt. Du kannst ihn nicht abreißen. Du kannst keine Fehler machen. Das ist ja auch schon passiert. Du musst verlaufen, 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 du musst verlaufen. 116 nur noch. So ist gut. Super, bei 48. Das ist das Ding mit Software. Das ist alles in der Software rein. Hammerhart, ey. Hammerhart. Maschinen ruhig hab. Aber bei 24. Verse 18. Und jetzt, um den anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind bei so einer Zeit, wenn ich bis 67 Kilowattstunden reinbekommen würde, wenn ich hier noch 67% bekommen würde, dann könnten wir einen Supercharger auslassen. Ist das schon flotten? Ja, ein Problem ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Andererseits, wenn der jetzt da weiter so macht, mit 516 hochschießen bis 58, Problem ist halt, da darf nichts passieren, da darf nichts schief gehen, dann fahren wir 300 Kilometer weg, dann müssen wir aber mit 20% ankommen. Das Problem ist dann, wenn der Supercharger dann shit ist, ist das nicht schade. Ich fahr hier dann mitnehmen. Das ist die Taktik von unserem ganzen Treffen, oder? Wir nehmen ihn mit und wir chargen so viel rein, wie es geht mit 116 Kilowatt. Geht dann auf 115 runter. Wieder 116. Gibt schon ein Maché hier. Ich bin schon fast in Deutschland, oder? Maché gibt es in Deutschland, oder? Ja, das war. Nicht mehr? Maché in Karlsruhe gibt es, glaube ich, noch einen. Die Mannheim waren ganz gut, der war ich auch. Der Funk ist halt eben. Ich hab gedacht, Rauch in den Lampen. 10 Minuten. Was haben wir noch? Wir werden gucken, wir werden ein Leck überspringen irgendwo, wo es kurz ist. Müssen wir. Sonst müssen wir die Zeit irgendwo wieder reinholen, die wir investieren, wenn wir die ganze Zeit. 114. Ja, wir warten noch 20, 21 Kilowattstunden. Gehen wir uns. Ja. 23 geht mal. Das ist ein Idiot, oder? Ja. Autopilot, oder? Ja. 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 112 Kilowatt. 20 ist einmal drin. Jetzt geht es schon runter auf 111. 12, 11. Das ist schon 10, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Mal ein bisschen... Mal ein bisschen...